Vielen Dank, Herr Olsen. Das Wort hat Herr Dr. Kluth. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, insbesondere Herr Kollege Tjaks, ich glaube, dass Sie hier gerade zwei verschiedene Themen oder zwei verschiedene Punkte ganz gewaltig durcheinander bekommen. Das eine ist die Frage, wie sich Senator Horch gegenwärtig durch das Thema Hafenentwicklung, ich sag mal, meandert. Mal so, mal so und verlässlich eigentlich immer nur zu spät. Aber das andere Thema ist, wie wir mit der Westerweiterung als Teil der langfristigen Hafenentwicklung umgehen wollen. Und ich finde, wir sollten beide Fragen, beide Themen sehr sorgfältig voneinander trennen. Zunächst für Herrn Horch. In der Tat, Sie haben es gesagt, im Oktober noch optimistische Umschlagsprognosen, 25 Millionen Tjaks in 2025. Fünf Monate später Pressegespräch, Dienstag nach Ostern. Der Wirtschaftssenator beschreibt die Zukunft des Containerumschlags in düsteren Farben. Aber stellt sich die Frage, was hat sich eigentlich in den letzten fünf Monaten an der Situation des Seegüterverkehrs geändert? Eigentlich gar nichts, Herr Horch. Und das lässt dann nur die Schlussfolgerung zu. Entweder lagen Sie im Oktober mit dem HEP falsch oder liegen heute in Ihrer Einschätzung falsch oder beides ist falsch. Das ist die Konsequenz, die sich daraus ergibt. Und dann kommen wir zur Kostenentwicklung. Das hat Herr Tjaks auch angesprochen. Mitte März muss Wirtschaftsminister Horch auf meine Anfragen zunächst einräumen, dass die Kosten für die elf wichtigsten Infrastruktur- und Verkehrsprojekte des Hafens im Vergleich zu November 2011 um rund 250 Millionen Euro gestiegen sind. Scheinbar unbemerkt, scheinbar verschlafen durch die Wirtschaftsbehörde. Und auf die Frage, wie denn dieses finanzielle Loch gedeckt werden soll, wie das finanziert werden soll, sagt Senator Horch dann am 14. März im Abendblatt, Zitat, durch mehr Effizienz, durch Einnahmesteigerung und durch die Einbeziehung privater Dritter in die Projektfinanzierung. Klingt zunächst mal gar nicht schlecht. Habe ich also in einer weiteren SKA nachgefragt. Frage, welche Maßnahmen sind denn konkret auf dem Weg für mehr Effizienz, für mehr Einnahmesteigerung oder die Einbeziehung Dritter in Investitionsfinanzierung. Antwort des Senats, wiederum fast eine Realsatire, Zitat, diese Themen werden derzeit von einer behördenübergreifenden Arbeitsgruppe unter Beteiligung der HPA geprüft. Ergebnisse zu konkreten Maßnahmen liegen noch nicht vor. Im Übrigen hat sich der Senat mit dieser Frage noch nicht befasst. Zitat Ende. Meine Damen und Herren, das ist knapp oberhalb von nichts. Der Senat widerlegt also... Herr Abgeordneter, das Publikum ist nicht befugt, Beifalls- oder Missfallensäußerung zu tun. Ja, ist nicht schlimm. Ich weiß nur darauf hin. Bitte, Herr Abgeordneter. Vielen Dank. Beifall finde ich wirklich auch nicht schlimm. Der Senat widerlegt also am 26. März genau die Aussagen, die Senator Horch zwölf Tage vorher in der Presse gemacht hat. Meine Damen und Herren, ich habe bislang immer gesagt, die Hafenfinanzierung ist die Blackbox des Senats. Nach den Aussagen des Senats in der Antwort auf meine kleine Anfrage korrigiere ich das ausdrücklich. Richtig ist heute vielmehr. Hier werden offensichtlich das Parlament, die Öffentlichkeit und die Hafenunternehmen bewusst hinter die Fichte geführt. Und genauso in der Frage des dritten Kreuzfahrtterminals. Bislang sind wir nach dem Hafenentwicklungsplan von einer Nutzung von Steinwerder für Containerumschlag oder vielleicht auch zusätzlich Produktions- und Industrieunternehmen ausgegangen. Die Kosten für die Entwicklung von Steinwerder, so der Senat noch am 26. März in der Antwort auf meine Anfrage, könne er nicht nennen, weil bei der Finanzierung in möglichst großem Umfang private Investoren mit einbezogen werden sollen. Und weniger als zwei Wochen später dann das genaue Gegenteil. Senator Horch will 60 Millionen Steuergelder für eine Zwischennutzung von Steinwerder als Kreuzfahrtterminal in die Hand nehmen und verprellt zugleich den weltgrößten Kreuzfahrtveranstalter. Meine Damen und Herren, das ist keine Hafenentwicklungsstrategie. Das ist aus meiner Sicht ein unverantwortliches Gestümpere nach der Methode Try and Field. Das geht zu Lasten der Hafenunternehmen und ihrer Beschäftigten. Und die Zeche zahlt im Ergebnis der Steuerzahler. Aber Herr Tjax, bitte verwechseln Sie diese Kritik am Wirtschaftssenator Horch nicht mit der Frage, ob wir die Westerweiterung des Hafens auch in Zukunft brauchen. Wir haben nach wie vor im Hafenentwicklungsgesetz, und das ist die gültige gesetzliche Grundlage, das Bekenntnis zum Hamburger Hafen als industrieverbundenen Universalhafen mit einem Schwerpunkt im Containerumschlag. Und die Westerweiterung des Hafens ist eine der zentralen Maßnahmen, die wir für diese weitere Entwicklung der Umschlagskapazitäten brauchen. Und Herr Tjax, alle Experten sagen uns, dass der internationale Seegüterverkehr auch in den nächsten Jahren und Jahrzehnten weiter zunehmen wird. Ob in dem Umfang, wie es im HEP prognostiziert wird, darüber mag man sicherlich streiten, da habe ich auch meine Zweifel, die Zuwachsraten haben sich verlangsamt, aber davon bin ich überzeugt, langfristig wird sich der Seegüterumschlag, der Containerumschlag weiter erhöhen. Und wir sind auch weiterhin zuversichtlich, dass die Fahrrinnenanpassung kommen wird und dass damit auch weiterhin Großcontainerschiffe in Zukunft den Hamburger Hafen anlaufen können und anlaufen können müssen. Und dann ist die Westerweiterung eine wichtige Maßnahme, und zwar aus drei Gründen. Erster Grund, wichtig an der Westerweiterung ist die Verlängerung der Kaimauer, aber auch die Frage, der Kollege Olsen hat es zu Recht angesprochen, des Wendekreises, denn die Schiffsgrößenentwicklung führt dazu, dass bereits heute, insbesondere zwischen den Tagen Donnerstag und Sonntag, nicht ausreichend Kaimauer vorhanden ist, um die großen Containerschiffe abzuführen. Zweiter Punkt, die Westerweiterung optimiert den Containerumschlag und vor allen Dingen die Wege zu den Terminals, da die Schiffe weitgehend Tide unabhängig einlaufen können und allein beim Einlaufen und beim Manövrieren der großen Containerschiffe erheblich Zeit gespart wird. Und drittens, eigentlich politisch der wichtigste Punkt, allein eine Debatte um einen Verzicht der Westerweiterung würde das Vertrauen der internationalen Räder und Verlader in die Verlässlichkeit der Hamburger Hafenentwicklung weiter beschädigen. Und dieses Vertrauen ist durch die bisherige Ankündigungspolitik von Senator Heuch bereits erheblich demoliert. Da sollten wir nach dem Stopp der Elbvertiefung und den Problemen nicht noch ein zusätzliches falsches Signal setzen. Applaus Und Herr Therks, ein letztes. Zur Wahrheit gehört auch, dass die Westerweiterung nun seit 1999 in der Planung ist und dass in der 19. Wahlperiode die Grünen die Fortführung der Westerweiterung ausdrücklich mitgetragen haben. Wenn ich nun Ihren Antrag sehe, dann sollten sich die Hamburger Hafenunternehmen und auch ihre Beschäftigten, die sollten gewarnt sein, was die Verlässlichkeit und die Zuverlässigkeit der Grünen in grundlegenden Fragen der Hafenentwicklung betrifft. Meine Damen und Herren, heute stand im Abendblatt ein sehr kluger Kommentar, den ich völlig richtig fand. Zitat Wer Hafenausbau auf Sicht betreibt, gerät in Gefahr, kurzfristigen Trends zu folgen und langfristige Entwicklungen zu verpassen. Zitat Ende. Dem ist eigentlich wenig hinzuzufügen. Insofern lehnen wir Ihren Antrag in der Sache ab. Im Ausschuss darüber diskutieren kann man ja mal. Darum werden wir der Verweisung zustimmen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.